Weil ja Bildung in der Politik gerade sehr angesprochen ist, gibt es diesen Bildungsröding. Es gibt alle Alternativschulen in ganz Österreich oder fast, also viele Alternativschulen in ganz Österreich stellen ihre Schule vor und wollen einfach zu dem Thema Bildung was beisteuern. Also wenn man Lust und Laune zum Lernen hat, dann lernt man es besser, dann bringt es ja ein. Wenn man Spaß hat daran, dann merkt man sich das ja. Aber wenn man jetzt sagt, ja, nicht will und einfach keinen Bock hat, dann finde ich, glaube ich, vergisst man das auch wieder schnell. Ich war auch schon mal in einer normalen Schule und ich fand das nicht so toll, wie ich dort so ziemlich das, also das Schulsystem dort habe ich nicht gerade ausgehalten. Und jetzt bin ich hier und ich kann lernen, frei und spaßig. Das macht mir Spaß. Das ist das Wichtigste an der Bildung.